Vor langer Zeit erzählten die Alten von einer großen Prophezeiung, dass ein mächtiger Adler und drei mutige Jaguare eines Tages die dunklen Götter der Unterwelt bezwingen würden. Wieso funktioniert das nicht? Ich bin Prinzessin Maja! Tekka-Adlerkriegerin! Ich bin stolz, an deiner Seite zu kämpfen. Ich bin Chimmy, Ausgestoßener der Dschungelländer. Rico, magischer Gockelzauberer der Mondinsel. Ich bin Pichu. Also dann, wir jetzt gehen. Und so beginnt die Geschichte unserer lieben Freunde. Wir sind die Krieger der großen Prophezeiung. Du hast keinen Plan. Es ist an der Zeit, sich richtigen Göttern zu stellen. Hallöchen. Verlorene Götter der Unterwelt, Maja, wird von mir geopfert. Deine Opferung wird mich zum mächtigsten Wesen in allen Reichen machen. Tja, schön euch kennengelernt zu haben. Was, wenn die Prophezeiung falsch war? Was, wenn Fürst Mikla nicht aufgehalten werden kann? Lasst mich helfen. Ich bin Zarz, Prinz der Fledermäuse. Ui, ui. El Vampiro, huapo. Oh. Kämpfst du gegen Maja? Kämpfst du gegen uns alle? Oh ja, los geht's. Ich hatte keine Ahnung, dass Rico das drauf hat. Ich hasse euch wirklich alle. Zerquetscht, diese kranken Atten. Sie werden sein. Niemand legt sich ungesprach mit meiner Familie an. Da, Maja. Verbares. Ist dies der Weg? So werd ich ihn gehen. Es geht los. Es geht los.